hallo hier ist martin von money monkeys dass die dax analyse für donnerstag den 28 4 2022 und unser gorilla der ist bisschen traurig der hat nicht so richtig lust mehr hier mit beiden fäusten auf den tisch zu hauen da ist auch nicht viel passiert im dax zumindest wenn wir uns den schlusskurs vom vortag angucken wobei eigentlich nicht viel passiert gar nicht so richtig ist also es ist wir haben ja zumindest schon mal ein wichtiges niveau angelaufen wer hätte das gedacht wir haben gestern darüber gesprochen über das thema gas öl embargo und so weiter mit russland dass die oder gas embargo letztendlich dass genau jetzt nach dem abverkauf plötzlich alle total negativ drauf sind und total short gelüste entfalten weil sie glauben der markt bricht zusammen und deswegen habe ich mir gestern viel viel mühe gegeben euch zu vermitteln dass ihr aufpassen sollt wenn der eben oberhalb der 630 nach oben treibt ja wir haben uns damit beschäftigt was passiert wenn er unter der 600 unten raus geht was passiert aber wenn er nach oben treibt und die erste kernziel marke die wir genannt haben wir all die 8 50 8 60 das sollte das erste ziel sein was er hier eben an laufen kann und das hat er getan und hat nach oben getrieben also es wirklich auch eindeutig erkennbar war hat man kurzen ausflug nach unten drunter gesetzt aber halt auch also wir haben es auch unten genauso ich glaube bei was kommt jetzt mehr raus gegen 13 5 88 oder sowas haben muss 10 punkten 10 20 punkte noch gewesen sein haben geschrieben dass er da unten schön sich gerade aufdreht aber er muss jetzt lange grüne kerzen kann das auskonten und dann 8 50 und so weiter und das hat er halt auch getan hat die 8 50 erreicht und das ist jetzt ein wichtiges rücklauf so und wir hatten jetzt darüber gesprochen mit wellen und so weiter 8 50 ist halt hier erstmal jetzt nur ein rücklauf das heißt dass es im grunde ja eine short marke weil der abwärtstrend ja noch besteht heißt in der konsequenz viel darf sich unser tax jetzt am donnerstag unten gar nicht erlauben und das wird für den tax sehr sehr schwer bei der donnerstag gerne auf beiden seiten hin und her schlagen bis sie auf einer seite dann irgendwo rausspringen und richtig langlaufen und so wie das hier aussieht würde rein von der formation her typischer oder besser aussehen wenn er jetzt zur seite schlägt und dann zum nachmittag wieder nach unten weg schmiert und dann hier noch eine ich sag mal fünfte abwärtswelle dran setzt also nicht eine fünfte abwärtswelle eine dritte abwärtswelle hier ist die erste welle dann ist hier die zweite abwärtswelle und dann können hier noch mal eine dritte abwärtswelle folgen das würde so relativ gut passen da muss man wirklich ein bisschen aufpassen und wirklich feinfühlig auch immer mal ich würde einfach mal immer zur vollen stunde noch mal auf den stundenchart gucken wie sehen die kerzen aus insbesondere wenn er dann von oben hier von dem neuen hoch per rote stunde richtig böse nach unten treibt oder strahlt dann muss man sich am donnerstag einfach immer immer noch mal drauf besinnen dass donnerstag ist und dass die halt auch richtig wehtun können halt na und wenn er sich hier oben mit einer roten stunde dann ins knie schießt dann der kann hier unten auf noch auf neue tiefs fallen also der ist noch nicht safe der ist noch nicht raus das haben wir das letzte mal gesagt da standen wir hier oben haben auch gesagt das ist erstmal eine erholung ist schön wir stehen vorher wir stehen höher als wir am vortag stehen aber es ist noch nicht safe der braucht bloß da unten auskontern da hat man gesagt wenn die was haben wir gesagt 13 6 90 nach unten bricht 13 9 85 dann neue tiefs und hier könnte man jetzt eigentlich sagen der muss nicht mal irgendwas brechen der kann fast aus dem stand neue tiefs kriegen so flach wie er das jetzt zur seite weg gedreht hat also das wird eine schwierige geschichte für den dachs zum donnerstag jetzt zu stehen er kann das eigentlich nur heilen indem er sich über die 8 50 8 60 drüber stellt und dann drüber bleibt drüber bleibt einfach drüber bleiben damit kann der ganzen situation aus dem weg gehen damit kann er stärke zeigen zeigt der stärke sind auch andere käufe bereit vielleicht was rein zu pulvern dann kann er noch hoch bis in die 69 rein oder vielleicht sogar auf start zurück naja dass er einfach wieder in den in den ursprung von dieser abwärtswelle zurücktiegert das ist wäre sogar auch gar nicht so untypisch ne insbesondere war hier eben in der abwärtsbewegung ganz 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 viele über nachrichten durch dieses öl embargo in russland schort motiviert wurden auch offene schorts die sie von vorher hatten wirklich in der bewegung dann noch mal aufpyramidisieren wollten weil sie einfach sehr überzeugt davon waren dass der markt jetzt tief fällt das hat natürlich dann den reiz für den markt nicht tief zu fallen sondern die alle auszustoppen und dafür müsste über das vorherige hoch was hier über 14 1 60 liegt also von daher wenn der drüber geht wenn er über die 8 60 geht und sich da halten kann das halten das wird schwer für den donnerstag aber er kann das hinkriegen und wenn er sich darüber halten kann dann 9 60 wenn er über 9 60 auch drüber kommt dann kann auch hier stopps hauen halt nein da geht es nur um stopps hauen da geht es gar nicht so deswegen geht auch habe ich auch hier so gezeichnet erstmal hoch und dann wieder zurück der muss gar nicht bis da oben ran da geht es ja nur darum die stopps weg zu räumen ja darum geht es mir hier oben mit dem auch mit dem gekritzer was wir hier gestern reingemalt haben ich weiß gar nicht noch ob im video oder danach erst aber darum das ist mir hier oben einfach wichtig nur dass man das verstanden wird und die botschaft dass der über 8 50 muss wenn er unten rum tornt wird es ein krampf es wird ein kampf dass er das hier hinkriegt weil das ist stand jetzt ist es scheiße es ist der zu schön angefangen auch hier mit dem v und so also innen drinne sah das ganz gut aus aber muss halt der muss drüber kommen das reicht auf keinen fall das ist wie am vortag oder oder vor vor vortag ich weiß gar nicht was das hier bin am 25 april machen wir so das ist wie am 25 april ist das erste mal ganz nett ist das ganz toll aber das reicht noch nicht und wenn aus der situation ist jetzt auch schon schon halb eingedreht jetzt nach unten wieder tempo aufnimmt der kann auch locker dann noch neues tief drunter fuchten noch mal so 45 glatt die fehlt ja immer noch das gäbe es ja rein physisch betrachtet noch offen das heißt da einfach noch mal dran der war zwar im nacht tief genau dran ne alle wirklich unsere 45 exakt in der nacht auch abgearbeitet aber können halt im regulären handel auch einfach noch mal abbilden ne 45 und ja wenn die sich da nicht gefangen kriegt 4 45 93 das sind auch alles noch marken die sind realistisch die sind möglich wenn er sich nicht nach oben rausgedreht kriegt ja und das muss man ein bisschen vor augen behalten ist es noch nicht so ganz so safe ist auch natürlich anfällig dann wenn da wieder stress reinkommen der markt wieder anfängt zu bluten ist er einfach anfällig dass er dann auch unten wirklich los eskadieren und druck nehmen kann und da deswegen guckt ganz genau wie sieht der aus wenn er nach unten losläuft werden die kerzen die müssen länger werden da muss mehr dynamik reinkommen dann müssen müssen die gegenbewegung richtig abflachen dann ist das perfekte short markt wenn ihr seht der keckert sich nur runter und wuchtet dann eine lange grüne stundenkerze rein wäre das fast schon eher ein long signal um noch mal hier oben neues hoch mitzunehmen ja und von daher kann man schon über die kerzen relativ viel anfangen und einfach ein bisschen dabei bleiben aber ist noch nicht so ist noch nicht safe also das ist ein hand ist das mal schön gemachte nachrichten sind alle auf short getrimmt gewesen haben alle im weltuntergang erwartet der markt ist gestiegen steht höher als am vortag und auch gar nicht so wenig mehr sind über 100 punkte knapp also ist schon mal gut aber muss ich will da über 8 50 8 60 darf auch gerne mit gap einleiten das wäre natürlich noch besser dann hat er gleich einen druck druckpunkt direkt früh dran dann schafft es vielleicht ein bisschen höher das wäre natürlich ideal kleines kipp da oben rein und dann durch die 8 50 8 60 gerade durch das bringt einfach druck rein das bringt spannung rein kann sich ein bisschen frei entfalten und würde vielleicht auch mal in die 69 dann reinkommen ja punkt fertig so können wir es lassen mehr brauche ich dazu nicht sagen habe ohnehin schon ein paar wiederholung drin aber einfach aus dem grund weil sie mir wichtig sind und ich nicht möchte dass jemand sagt martin du hast das da aber nicht gesagt dann sage ich lieber dreimal und punkt ich würde sagen wir machen ja aus ich wünsche euch viel erfolg gutes gelingen und wir hören uns morgen wieder bis dahin tschüss